Schönen guten Tag! Heute hier im Smarketer-Podcast ein bisschen was anderes, vielleicht zwei neue Gesichter. Deswegen eine kleine Begrüßung von meiner Seite aus. Ich bin der Toni, ich spreche heute für Amsel. Amsel ist Teil von der Smarketer Group, also da ist dann dabei, ihr kennt es ja schon, Smarketer. Aber auch, wie schon gesagt, wir von Amsel, die WLO, Ads Express und Summit und auch bald ganz neu, ganz frisch wird es noch verkündet, eine Strategieberatungsagentur. Wird Namen noch geändert, kommt später, da kriegt ihr ja alle was mit davon. Jetzt bin ich nicht alleine hier, ihr habt ja schon gesehen, an meiner guten Seite habe ich das wesentlich interessantere und bessere Material sitzen. Patrick, erzähl mal was über dich. Moin, danke schön erstmal für die kurze Einleitung. War auch für mich jetzt erstmal noch interessanter, was Neues zu hören. Ich bin Teil von Amsel, einer der vielen Marketing Consultants, die wir haben und wie ihr vielleicht auch im Video seht, das ist auch ein bisschen was Neues für mich. Ich habe jetzt heute einfach mal mein eigenes Mikro mitgenommen. Ich hoffe, dass man das nicht in der Soundqualität so riesig jetzt hört, den Unterschied. Und ja, wir werden, glaube ich, heute so ein bisschen über Black Friday quatschen. Ja, lass mich da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, was ich, glaube ich, hart vergessen habe. Smarketer kümmert sich ja quasi um die Formelsanzeigen auf Google und Bing. Und deswegen, was machen wir? Wir machen auch PPC-Ads auf Amazon. Das heißt, bezahlbare Anzeigen, Strategien für die ganzen Seller und Vendoren da draußen. Kümmern sich entsprechend Patrick darum, tolle Kampagnen, Strategien zu entwickeln, aufzusetzen, das Budget zu beobachten und halt vor ordentlich gute Umsätze zu sorgen. Und jetzt wollten wir das ganze Thema heute ja ein bisschen anders aufknüpfen. Wir wollten jetzt nicht nur sagen, wie toll Amazon ist oder was man alles machen kann, sondern wir wollten sagen, wie wichtig Q4, das wisst ihr alle, auch wichtig ist für den E-Commerce an sich. Und speziell, was halt im Amazon dann abgeht, also gerade auch mit den Events, die jetzt waren, wo wir gleich noch dazukommen und die Events, die kommen. Also auf jeden Fall, da mal kurz droppen, Black Friday. Cyber Monday beispielsweise, also wurde ja auch jetzt alles schon deutlich erweitert, als es früher war. Was, glaube ich, auf Amazon auch so noch gar nicht so eine riesige Rolle spielt, ist ja auch Singles Day beispielsweise, Elfter, Elfter. Exakt. Q4 ist vollgepackt mit Events. Also ich meine, wir haben ja auch noch Weihnachten dann irgendwie vor uns. Fans? Ja, vollkommen unerwartet. Aber genau, so die Events leisten eben den Beitrag dazu, dass wirklich Q4, und das sehen wir jetzt auch jetzt natürlich schon, ich weiß nicht, wann genau der Podcast rauskommt, aber aktuell ist der Traffic schon bedeutend höher. Ja, und gerade was du gesagt hast, es sind noch weniger als 40 Tage, je nachdem, wann der Podcast entsprechend veröffentlicht wird, sag mal 30 bis 40. Also es ist noch eine gute Vorbereitungszeit, die man treffen kann. Und was wir auch gerade, also mein Team und ich noch gestern gemacht haben, ist auch die Zahlen, die Kennzahlen der letzten zwei Wochen noch durchgeben. Und da geht es halt darum, zum Beispiel, was die Kunden von unseren Umsätzen gemacht haben. Und allein in diesen Prime Big Deal Days, die ja zwei Tage gingen, vom 8. und 9. Oktober, haben wir halt gesehen, wow. Wow. Allein in dieser einen Woche der Doppelte an Umsatz erreicht, das ist halt schon heftig, wenn du halt nur bedenkst, das sind halt nur zwei Tage. Und kommst du bestimmt später noch dazu, dass Black Friday nicht nur der einzige Tag ist, sondern es wird ja mit die Black Week und dann das Cyber Monday, es wird dann langgezogen. Und ist einfach auch dann für jeden zugänglich. Das heißt, es sind nicht nur die Prime Kunden, sondern du sagst, die ganze Masse. Das heißt, es kann so durch die Decke gehen und wir wissen, dass es entsprechend auch durch die Decke geht. Aber was ist denn da so besonders wichtig dann in dem ganzen Q4 oder Black Friday so? Da würde ich jetzt erstmal noch einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Ich glaube auch, diese Prime Deals jetzt im Herbst haben uns auch irgendwo ein bisschen überrascht, muss ich ganz offen sagen. Weil wir jetzt auch nicht erwartet haben, wir hatten im Sommer, das ist immer so der Hauptfokus von Amazon auch irgendwie und dann ist das im Herbst irgendwie so ein bisschen das ungeliebte Kind. Aber wie du schon gesagt hast, also wir waren auch selbst wirklich sehr positiv überrascht, was da für Umsätze bei rumgekommen sind. Deine Frage war jetzt aber erstmal, was in Q4 generell, wie man sich darauf vorbereitet, ne? Genau. Ja, da kann ich eigentlich direkt einsteigen. Also da sollten wir im September schon, also die Zeit ist jetzt schon vorbei, aber man hat trotzdem noch genügend Möglichkeiten davor, wirklich frühzeitig in die Vorplanung reinzugehen. Und deswegen, wie gesagt, auch im besten Fall einfach schon im September sich das Ganze anzugucken. Welche Strategien will ich verfolgen? Was für ein Budget kann ich frei halten für die Zeit? Damit man dann wirklich auch schon in diesem Zeitraum die ersten Anpassungen tätigen kann. Und natürlich, zum Thema Budgetplanung, der Black Friday, die Zeit um den Black Friday herum, du hast einen unglaublich großen Traffic zu der Zeit. Deswegen, nehmt es ernst und sorgt dafür, dass eure Anzeigen sichtbar bleiben und erhöht entsprechend auch generell wirklich die Budgets. Da seid ihr nicht knauserig, je nachdem, was euer Budget erlaubt. Klar, da kann man unterschiedliche Strategien fahren, aber habt das auf jeden Fall im Blick. Ich denke mal auch sicherlich sehr stark aus der Masse zum Herausstechen. Das ist dann auch extrem wichtig, dass du wirklich dir auch Gedanken machst, wie die Kampagnen dann aufgesetzt werden, wie du dich dann auch von der, wie gesagt, von der Masse herab ausstechen lassen möchtest, dass dein Produkt angezeigt wird und jetzt nicht der dusselige Konkurrent. Hast du dann auch so einen Tipp und so ein paar Strategien, du dir vielleicht noch in die Hand geben kannst, dass du dann sagst, okay, das ist wichtig, das sollte ich vorher beachten. Natürlich, wie du schon gesagt hast, wir machen die ganze Planung vorher, das ganze Budget mit einplanen. Wenn wir aber ein Stück jetzt mal schon in die Theorie reingehen, was hast du da für uns? So wie du schon gesagt hast, die Konkurrenz auf jeden Fall im Blick behalten. Wenn du siehst, die Konkurrenz bietet sogar auf deine Brand Keywords, dann weißt du, der meint es wirklich ernst. Also geh da unbedingt rein, hab die Konkurrenz, mach auch gerne öfter einen Frontend-Check, als du es sonst schon oft machst und behalte es einfach im Auge, was du da machen kannst. Und am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, wir können jetzt sehr technisch darüber sprechen, aber es kommt natürlich darauf an, was du generell aus deinen Produkten machst. Also es bietet sich natürlich auch an, Black Friday, da bietet sich generell eigentlich fast jedes Produkt für an. Da kommen wir, denke ich mal, später sowieso noch drauf zu sprechen. Aber was wir so gesehen haben, ist, dass so große Marken an sich gut laufen und Sachen, die du gut zu Weihnachten einfach verschenken kannst. Und da kann man sich natürlich dann die Frage stellen und wo man dann gegebenenfalls auch der Konkurrenz eben ein Stück weit voraus sein könnte, können wir irgendwas besonders mit unseren Produkten machen? Das geht so ein bisschen über diese Werbung hinaus, aber wo wir natürlich dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden sind irgendwie und wo auch eben, das haben wir vorhin angesprochen, eine frühzeitige Planung wirklich, wirklich wichtig ist. Jetzt mal wirklich ganz basic gesprochen, sowas wie ein Weihnachtsset. So, wo du einzelne Produkte von dir reinpacken kannst. Einige, wo du weißt, also sowas wie ein Adventskalender beispielsweise, wo du weißt, die Produkte, die laufen eh schon gut. Da freuen sich die Leute, dass sie sowas kriegen. Oder dann doch eher so Sachen, die, wo du möchtest, gut, die sind aktuell vielleicht sogar komplett neu. Die sollen einfach diese Bekanntheit dadurch dann auch bekommen, sodass die Leute einfach auch die Produkte generell kennenlernen. So kannst du beispielsweise auch mit kleineren Probiersets, das muss nicht direkt ein Adventskalender sein. Das ist ja im Endeffekt einfach nur ein großes, schön verpacktes Probierset. Aber du kannst auch ganz plain ein Probierset beispielsweise auch anbieten. Ein weiterer Punkt, wo ihr auf jeden Fall auch einen sehr, sehr starken Vorteil der Konkurrenz gegenüber aufbauen könnt. Weil, macht euch nichts vor. Alle wissen, Q4 ist das stärkste Quartal für eigentlich so gut wie alle da draußen. Und deswegen passen natürlich alle für Q4 auch ihre Listings, ihr generelles Auftreten auf Amazon an. Machen das irgendwie schöner. Bieten natürlich auch viel höher auf die ganzen Keywords. Und hier ist dann eben der Punkt, wo man dann wirklich nochmal, wieder nochmal einen Ticken die Nase vorn haben könnte, den Content anpassen. Ganz eindeutig. Und dann auch den Kunden ganz klar machen, wofür für Weihnachten beispielsweise dann das Produkt genutzt werden kann. Also diesen Vorteil einfach herausstellen, dass es eben wirklich ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk generell sein kann. Generell eine schöne Aufmachung vorbereiten, damit du da wirklich gegenüber der Konkurrenz im Vorteil wirst. Sicherlich dann auch viel mit den Produktbildern mitarbeiten. Das ist nicht einfach nur ein schönes Fotomass, was ja jetzt gang und gäbe sein sollte. Aber wir wissen es ja tagtäglich, was wir alles so sehen am Markt. Kein schöner weißer Hintergrund, sondern so ein bisschen dusselig-gelb aus so einer Raucherwohnung. Will ja keiner haben. Sondern dass man da dieses schöne Bild, was man vielleicht schon verbessert hat, aber gerade noch zu diesen ganzen Seasons hin optimiert. Arbeiten wir mit stereotypischen Sachen. Wir nehmen halt ein paar Schneeflocken, machen es ein bisschen weihnachtlich im Hintergrund. Dass halt ein gutes Gesamtkonzept dann entsprechend rauskommt zum Schluss. Dass alle die ganze Bildergalerie durchgedacht ist. Der ganze Text unten, der dann kommt auf der PDP, dass man einfach sagen kann, das ist jetzt alles auf Weihnachten gemünzt oder auf ein spezielles Event. Definitiv. Und was ich auch noch als weiteren Tipp geben kann, wo dann beides so ein bisschen irgendwie sich zusammenfügt. Amazon bietet ja mehrere Arten der Werbung an. Sponsored Products, Sponsored Brand, Sponsored Display. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir da in die Tiefe gehen können, aber wir machen es einfach mal ein bisschen. Vielleicht nicht so tief, aber hau mal raus. Sponsored Brand in dem Fall würde sich ja beispielsweise anbieten, weil man sagen könnte, gut, warum packen wir nicht auch in unserem Brandstore auf Amazon schön eine Extra-Seite mit unseren ganzen Prime, beziehungsweise jetzt in dem Fall natürlich dann Black-Friday-Deals und Weihnachts-Deals beispielsweise und leiten dann über die Werbung direkt auf diese Brandstore-Seite. Wir haben einerseits einen schönen Content, nicht nur im Brandstore, sondern eben dann auch schon in der Suchleiste, wenn man danach generell sucht und verbinden das mit dem Thema Werbung, weil wir einfach dann auch dafür sorgen, dass diese Werbung gesehen wird durch höhere Klickpreise einfach, weil der Markt einfach sehr, sehr, ja, genau die Wettbewerbsdichte ist sehr hoch. So im Endeffekt kann man es umschreiben. Du hast ja gesagt, Werbeanzeigen so schalten und in Stores so optimieren, dass wir was genau damit erreichen können und was genau müssten wir das machen, damit es ein entsprechender Erfolg wird. Wie gesagt, wir sollten eben darauf achten, dadurch, dass eben zu dieser Zeit im Q4 die Wettbewerbsdichte einfach so riesig ist, dass wir da einfach dafür sorgen, durch den guten Content und die richtige Aussteuerung der Klickpreise, dass wir entsprechend auch Sichtbarkeit erreichen. Weil was bringt uns der Content am Ende des Tages, wenn die Konkurrenz viel zu hoch auf ein Keyword bucht, klickt und die Konkurrenz auf ein Keyword viel zu hoch irgendwie bietet und wieder nicht gesehen werden? Jetzt haben wir ja den ganzen Traffic mit auf den Store geholt oder auf ein einzelnes Produkt. Jetzt gehen wir mal davon aus, worst case leider, die Person hat es entsprechend nicht gekauft, aber hat schon ein starkes Interesse signalisiert, in dem es halt wirklich viel gestöbert hat. Ich weiß nicht, ist dann das Weihnachtsbudget bei der Person ausgegangen, konnte vielleicht Oma Erna jetzt dann doch nicht irgendwas Besonderes kaufen. Retargeting ist nicht nur ein Zauberwort, sondern einfach aus meiner Sicht auch immer so ein Must-Have. Kann ich das dann auch gut nutzen, auch wenn die ganze Hot Season dann schon mit vorbei ist, sollte ich dann da entsprechend noch was machen, weil Interesse war ja da. Ja, definitiv. Also deswegen ist Retargeting auch einer meiner Lieblingsbegriffe, um ehrlich zu sein. Ich finde, das kann man ganz gut plastisch an einem Beispiel darstellen. Wir sehen ja nach Black Friday und nach Weihnachten einen deutlichen Abfall generell in den Umsätzen. Der Traffic ist weiterhin hoch, deswegen sollte man da, das ist ein anderes Thema, sollte man da natürlich dann nochmal vorsichtig sein. Aber was wird denn nun häufig verschenkt? Gutscheine, ein Amazon-Gutschein. Und wenn jemand jetzt die ganze Zeit gegebenenfalls auch schon über Black Friday für sich selbst vielleicht auch gesucht hat und sich gefragt hat, wäre das vielleicht was für mich? Und dann zu Weihnachten einen Amazon-Gutschein geschenkt bekommt, dann setzt genau da diese Retargeting-Kampagne an und holt genau da diesen Käufer halt wieder rein. Ja, das sind die meisten Karten, die dann auch entsprechend geschenkt bekommen, wenn mein Umfeld wieder sehr kreativ war. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du ja quasi in deinem tagtäglichen, du machen kannst. Du kannst ja auch vorher die Strategie mit dem Kunden entsprechend aufsetzen, kannst in deinem Konsultenleben auch sagen, okay, jetzt mache ich immer eigenständig was entsprechend besser. Sei es Keyword einbuchen, Klickspreis hoch und etc. Mit welcher Aufgabenleistung soll eigentlich unser Kunde dann auf mal dicht zukommen? Also was muss denn er noch machen, um den Tag oder die Tage, die Events dann noch gut zu überstehen? Wichtiger Punkt definitiv. Also deswegen ist natürlich auch wichtig, dass wir da einfach auch, und so ist es auch, in einem sehr engen Austausch einfach mit dem Kunden stehen, damit der sich dann einfach auch bewusst ist, okay, nämlich in dem Fall Lagerbestand sichern. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Das kann ich nicht dick genug irgendwie unterstreichen. Ihr werdet da wirklich einen sehr, sehr hohen Traffic haben und entsprechend hoffentlich natürlich auch hohe Umsätze. Und wenn ihr dann auf einmal, wenn Amazon dann nur noch anzeigt, okay, nur noch 20 Produkte vorhanden oder im schlimmsten Fall direkt out of stock, dann versucht das mal wieder zurückzuholen mit den ganzen Verkäufen, wenn denn der Lagerbestand wieder da drin ist, wenn das überhaupt rechtzeitig reinkommt. Und alleine auch schon dieses nur noch 20 Produkte auf Lager. Insofern da nicht schon neuer Lagerbestand hinterherkommt, ist das auch schon ein sehr, sehr großes Alarmsignal, weil, und das muss ich auch zugeben, Ich auch immer dachte, gut, psychologisch ist es ja ein schöner Effekt, aber der Algorithmus straft es deutlich stärker ab, weil Amazon natürlich dahinterher ist, dass auch mehr verkauft wird und sowas ist da dann einfach der Tod. Gut, und was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist dieses Thema Rabatte, auch wenn Amazon generell so Zeiträume vorgibt, in denen diese Produkte ausgewählt werden können, die dann eben entsprechend stark beworben werden können, beziehungsweise für die dann auch die Rabatte laufen. Wenn diese Zeiträume vorbei sind. Oder man eben auch sagt, gut, die Gebühr für den Black Friday Deal will ich nicht zahlen, denn versuch es mit Coupons. Die kannst du jederzeit schalten und sind deswegen auch eine gute Möglichkeit. Hier aber ein bisschen drauf achten, hier wird es auch wieder ein Ticken technischer, wenn ihr keine Bewertungen habt, alles gut, Coupons einfach schalten. Wenn ihr Bewertungen auf euren Produkten habt, achtet darauf, dass ihr da eine gute Bewertung auch immerhin habt, weil Amazon da auch darauf achtet, dass man da, glaube ich, mehr als 2,5 Sterne mindestens haben muss. Stark. Jetzt haben wir ja schon ein paar Events erzählt. Q4 ist lang. Wir haben ja schon gesagt, Single-Stay ist zwar jetzt kein exklusives Amazon-Event, aber weltweit auch vor allem in Deutschland jetzt aufkommt, der Single-Stay kommt bei den großen Ketten an, also Saturn, Mediamarkt, alle Deal-Plattformen, Mildi etc. machen da auch sehr viel. Prime, Big Deal Day, Black Friday, Cyber Week etc. Ist jedes Event für jeden Seller sinnvoll? Also, wie ich eingangs schon gesagt habe, grundsätzlich ja, aber irgendwo auch jein, weil natürlich wir haben im Q4 beim Durchschnitt der Kunden wirklich die stärksten Umsätze. Wie vorhin gesagt, bei Marken, die sowieso schon bekannt sind, bei Marken, wo du weißt, das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk oder auch generell, weil es die Saison ist. Eine Wärmeflasche beispielsweise wird im Sommer offensichtlich weniger gekauft als im Winter, vollkommen klar. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem immer auch irgendwo eine Budget- und Strategieentscheidung. Wenn zum Beispiel so ein Produkt, was sowieso die ganze Zeit gut läuft, also Haushaltswaren beispielsweise, dann sollte man natürlich darüber nachdenken, so nehme ich die Deals jetzt mit, weil da wie gesagt natürlich auch Gebühren anfallen. Und dann ist es am Ende des Tages einfach eine strategische Entscheidung, die man wirklich dann im engen Austausch zusammen treffen sollte. Und deswegen sage ich nicht, dass sich das wirklich komplett für alle irgendwie eignet, aber man sollte es auf jeden Fall testen zumindest, auch wenn man, also ein anderes Thema, wenn man zum Beispiel noch gar keine Erfahrung gemacht hat mit Black-Friday-Deals, würde ich dazu raten, einfach mal austesten. In einem kleineren Maße testen und wenn es halt nicht funktioniert, im nächsten Jahr dann mit einem ganz normalen Werbesetup laufen lassen und keine großen Deals fahren, beispielsweise nur diese Coupons dann nutzen, aber zumindest mal klein testen, damit man eben diese Datenbasis hat, um zu entscheiden, ist es was für uns oder ist es eben nichts für uns. Perfekt, danke. Jetzt muss ich mal kurz in meinem Hirn kramen und überlege mir auch so, früher, das war der 22., 23., 12., ich renne auch los, habe natürlich irgendwie vercheckt, mir noch für meine Eltern, für meine Geschwister noch Geschenke zu holen. Jetzt setzt Amazon ja auch schon, wie gesagt, Deadlines, wo du dann die ganzen Deals entsprechend einträgst, für den Black-Friday ist es ja auch schon vorbei, aber wie ist es für diejenigen, die vielleicht mal so eine Deadline verschwitzt haben, ja, ich meine genau dich, der mir da gerade zuhört, vielleicht auch fürs Weihnachtsgeschäft, so wirklich Last-Minute-Möglichkeiten, vielleicht, man weiß ja nie, was jetzt der Hintergrund war, warum vielleicht nicht vorher gekommen ist, vielleicht waren die noch nicht in so einer tollen Betreuung wie bei uns, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, möchte den Traffic dann noch abholen und auch noch das Zeitfenster, dass ich bei Amazon was bestelle und es dann auch bei meinem Kunden entsprechend ankommt. Was hast du da noch so für Tipps, um ein paar Menschen dann noch abzuholen? Also definitiv nicht verrückt machen. Ich glaube, das kennt man auch selbst als Kunde auf Amazon ganz gut, wenn du siehst, das kommt vor Weihnachten nicht mehr an, dann kaufst du es nicht und genau das zeigen auch die Daten. Also, sobald diese Marke überschritten ist und da gibt es gleich zwei wichtige Knackpunkte, sobald diese Marke überschritten ist, wirst du halt auch einen Abfall in den Umsätzen sehen. Und hier ist jetzt eben dieser Knackpunkt, nämlich erstens, es gibt ja FBA-Artikel und FBM-Artikel, also welche, die dann Amazon selbst verschickt. Und hier würde ich empfehlen, FBA auch wirklich zu nutzen, weil Amazon noch ein bisschen später gewährleistet, dass es auch noch vor Weihnachten ankommt. Deswegen mein Ratschlag einfach wirklich angucken, ist FBA was für einen und deswegen das auf jeden Fall mal auschecken. Kann man das auch entsprechend dann auch in so einem kurzen Zeitraum vorher einstellen oder braucht das eine gewisse Vorbereitung? Deswegen sage ich, im Zweifel sind es dann auch irgendwie ganz viele, die das auf einmal wollen. Vorzeitige Planung hier ganz wichtig, auch alleine schon für den Mental Load. Mach das so früh wie möglich. Ja, man, Mental Load, das kommt ja noch auf dich noch wahrscheinlich alles zu, die ganzen Wochen mit der Planung. Weihnachtsgeschäft, das sind Peaks. Lasst uns da unsere Leute auch nicht in den Regen stehen, macht das gemeinsam. Ich glaube mal, das ist auch so eine Quintessenz, die man mitgehen muss, dass deine Kunden auch viel mit dir sprechen müssen, natürlich, wo es hingehen soll. Dass man dann wirklich sagt, wir setzen uns gemeinsam an den Tisch, wir überlegen gemeinsam, wie wir die Zeit jetzt durchbringen. Weil, wie schon gesagt, es sind viele Events, macht jedes für mich Sinn. Will ich mich überall anmelden, schaffe ich das entscheidend noch? Schaffe ich das auch, die Waren einzukaufen entsprechend? Kannst du natürlich, der Kunde sagt, natürlich mache ich meinen Lagerbestand voll, aber es ist noch vielleicht auch abhängig von den Lieferanten, die noch hinzukommt. Also nächstes Jahr auf jeden Fall, habt ihr schon mal die ganzen Tipps mitgenommen? Wir haben ja noch gesagt, dass ihr, was ihr jetzt noch machen könnt, aber auf jeden Fall eine vorzeitige Planung immer mit reinnehmen. Also auch, wenn es das nächste Jahr kommt, habt die Dinge auf dem Schirm, es sind nicht die einzigsten Events, die noch kommen. Es gibt ja noch weitaus mehr Events für die ganzen Jahre so an sich. Der größere Prime Day, was der Prime Day ja ist, aber wir vergleichen es immer mit dem Kleinen, dem Großen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Arbeitet zusammen, tauscht euch aus. Ganz genau. Und ich meine, das Wichtigste ist auch wirklich ein kontinuierliches Monitoring. Und genau deswegen ist das, was du auch gerade gesagt hast, dass man auch permanent im Austausch steht, so wichtig. Weil wir ja auch selbst, also zwar nutzen wir Tools, klar, um uns da so ein bisschen helfen zu lassen. Aber da kommt man an sich einfach nicht drum herum, ständig in den Account zu gucken, so gut du auch vorbereitet hast. Es kann immer irgendwie, ja, was Unvorhergesehenes passieren. Dann ist hier mal auf TikTok oder so dein Produkt erwähnt worden. Auf einmal musst du das Budget dann nochmal hochschrauben oder die Klickpreise nochmal entsprechend anpassen. Deswegen ist ja auch wirklich so ein super enges Monitoring unglaublich wichtig. Was ihr auch die ganze Zeit macht an den Tagen, da seid ihr ja nur beschäftigt, das alles entsprechend zu beobachten. Ich darf dann euch gar nicht irgendwelche dusseligen Anfragen stellen, ob mich jemand im White Paper unterstützen kann oder auch hier so ein Podcast damit macht. An dem Tag darf ich nicht auf die Ressourcen zugreifen. Aber ja, das ist auch gerade der Punkt, weil ja die ganzen Deal-Plattformen ja auch dann gut Traffic für sich machen, wollen natürlich dann auch ganz einmal so ein Sourcen, was halt gerade echt die geilsten Deals sind. Da kommt ein Idealo drauf, Schnäppchen-Folks, MyDeals, DealDoktor etc. Vielen Dank für die Werbung, die ich für euch mache hier gerade. Genau, und deswegen guckt ihr dann auch entsprechend nach, dass in dem Tag oder in den Tagen da nicht entsprechend etwas hops geht. Weil es wäre ja schade, wenn dann OOS out of stock wäre, was aber natürlich gut ist. Dann hast du viel verkauft, aber nächstes Mal weißt du, okay, bestellen wir nochmal ein bisschen mehr. Dann auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, Patrick, von deiner Seite aus. Du willst aber bestimmt noch kurz mal was anderes noch in die Kamera sagen. Ich will eigentlich nur einen kleinen Shoutout geben. Der Grund, warum ich nämlich das Mikrofon hier mitgenommen habe, ist, dass ich heute Abend direkt zur weiteren Aufnahme gehe, zur schwarzen Akte. Deswegen schöne Grüße, Anne Lukmann. Falls ihr draußen Lust habt auf einen neuen True-Crime-Fall, oder generell True-Crime-Podcasts, davon gibt es ja auch sehr wenige, hört da gerne mal rein. Er hat mich nicht bezahlt für diese Werbung, kommt aber noch. Nein, also ihr habt jetzt gehört, auf was ihr achten müsst. Es gibt viele Events, es gibt sehr viel, was ihr mitnehmen müsst, machen müsst, mitnehmen könnt heute aus dem Podcast. Sprecht mit jemandem an eurer Seite, tauscht euch aus. Gerade der Austausch in unserer Szene, die Amazon-Szene in Deutschland ist halt noch klein, ist auch extrem wichtig. Vernetzt euch da entsprechend und vielleicht dann auch nochmal in meiner eigenen Werbung, was ich da noch sagen möchte. Kommt am 21.11. nach Berlin ins Amsel Headquarter. Da lade ich euch auch natürlich herzlich ein. Die Amazon Late Night steht vor der Tür, das ist unser eigenes Event, da seht ihr den Patrick und mich. Wir haben da drei Speaker vor Ort, wir haben das mal ein ganzes Thema gepackt. Die Amazon Late Night heißt diesmal Launch, Grow, Exit. Das heißt drei Speaker, eine Person, die darüber spricht, dass sie ein Unternehmen gegründet hat, ist sofort oder sehr, sehr schnell halt in den Bestseller-Status gekommen. Und darf sich auch schon mit Kopien auf Amazon rumschlagen, was ich mega interessant finde. Hat mit verschiedenen Herstellern und Lieferanten gesprochen, mega cool. Dann sprechen wir als Amsel darüber, wie wir so mit unserer Expertise, unserem jahrelangen Wissen halt unterstützen können, dieses Unternehmen noch größer zu machen, verschiedene Strategien aufzubauen, dann einen Mensch dahinter zu setzen, wie zum Beispiel den Patrick, dass er dann dich dabei unterstützt. Und dann holen wir noch einen dritten Speaker für einen Exit. Das heißt, jemand hat dann so einen Amazon-Shop aufgebaut, groß gemacht und dann gewinnbringend Verkauf. Wie geil ist denn das, dass du von etwas Kleinem zu einem großen Ding wirst und dann einen guten Sack voll Geld bekommst. Und du sagst, okay, geil, nächstes gründen. Also so ist die Person entsprechend drauf. Also wie gesagt, 21.11. Amazon Late Night. Wir bedanken uns beide herzlich, auch an den Support von Smarketer für die Person im Hintergrund. Danke Dan, danke Eric, dass ihr uns dabei unterstützt. Und an alle Hörer, vielen Dank. Schönen Tag, schönen Abend, was auch immer macht. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.